Hallo, hier ist der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Ich habe hier eine Sondermitteilung, eine Veröffentlichung auf meinem Blog mywakenews.wordpress.com, das ich euch hier gerne auf Video präsentieren möchte. Da heißt es auf meinem Blog mywakenews.wordpress.com, keine Amtsgewalt, Gerichte und Staatsanwaltschaft in Lörrach, Freiburg bringen keinen Nachweis. Es heißt dort, jetzt ist alles klar. Nach mehreren expliziten, fallbezogenen schriftlichen Anfragen an das Amtsgericht Lörrach, das Landgericht Freiburg sowie die Staatsanwaltschaft Lörrach, Schrägstrich Freiburg, ließen diese die gesetzte Antwortfrist von 21 Tagen nach internationaler Fristenregelung verstreichen, ohne zu antworten, geschweige denn nachweisen zu können, dass diese Amtsgewalt über mich als natürliche Person und biologischer Mensch haben. Schon häufiger wurde berichtet, dass die angeblichen Amtspersonen in der BRD sowie Polizei, Staatsanwälte, Richter, Gerichtsvollzieher und andere überhaupt gar keine Amtsausweise haben, sondern allenfalls sogenannte Dienstausweise, die aber ihre amtliche Funktion nicht nachweisen können. Die BRD schwimmt geradezu in einem Meer von Dienstausweisen privater, firmeninterner, ausbildungsrelevanter, in Anführungszeichen behördlicher Aussteller. Haben die jetzt alle Amtsgewalt? Tja, kann man sich fragen, ist irgendjemand überrascht? Man kann sich also die Abbildung anschauen von einigen diversen solcher Amtsausweise aus der BRD in der Veröffentlichung auf meinem Blog mywakenews.wordpress.com Ja, und da heißt es, nun, damit handeln diese, sollten sie Amtshandlungen mir gegenüber vornehmen wollen, rechtswidrig. So sagt es mein US-amerikanischer Rechtsberater und bezeichnete eine solche Handlungsweise dann sogar als terroristischen Akt, der in den USA, gegebenenfalls über die USA, vielleicht sogar entsprechend strafrechtlich verfolgt werden könnte. Hier finden sich die Kopien meines Schreibens an das Amtsgericht Lörrach sowie die Staatsanwaltschaft Freiburg-Zweigstelle Lörrach mit Absendebelegen zum Nachweis ihrer Amtsgewalt über mich vom 9.07.2012 in Auszügen. Aus Datenschutzgründen sind teilweise persönliche Daten unkenntlich gemacht worden. Zum Vergrößern bitte immer dann im Artikel auf die Abbildung klicken. Ja, und da heißt es, und ich verlese den Inhalt dieses Schreibens per Einschreiben und Fax an Staatsanwaltschaft Freiburg-Zweigstelle Lörrach und Amtsgericht Lörrach, Ihre Pressezensur, Durchsuchungen bei freien Journalisten, Beschlagnahmung von Sendeanlagen, Computern, Kameras, Audioaufnahmen, Handys, Datenträgern, Ihr Aktenzeichen, so und so, Aufforderung zum Nachweis Ihrer amtlichen Zuständigkeit und Amtsgewalt. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund Ihres Wirkens und in Ihrem Auftrag in Klammern Rechtshilfe gesucht, haben schweizerische Sicherheitskräfte am 22.05.2012 eine Hausdurchsuchung und Beschlagnahmung von Gegenständen in meiner Basler Wohnung vorgenommen, die dazu geführt haben, dass ich unter anderem seitdem meinen Beruf nicht mehr ausüben kann und erhebliche materielle und immaterielle Schäden erleiden musste und muss. Unabhängig davon, ob dies seitens der schweizerischen Behörden ein rechtmäßiger und verhältnismäßiger Einsatz gewesen ist, er war es nicht, weswegen ja hier in der Schweiz durch mich bereits diverse rechtliche Schritte unternommen wurden und werden, wende ich mich nunmehr an Sie direkt bzw. Ihre Institutionen, um Sie aufzufordern, mir die Quellen Ihrer gesetzlichen amtlichen Zuständigkeit und Amtsgewalt in Klammern gegebenenfalls Kopien der SMAT schrägstrich alliierte Kontrollratsbefehle oder ähnliches, Klammer zu, über mich als natürliche Person gemäß BGB § 1 und als unter staatlicher Selbstverwaltung gemäß UN-Resolution A-RES 56-83 Artikel 9 stehend in Klammern hinterlegt beim ISTGH den Botschaften der alliierten Siegermächte China, Frankreich, Großbritannien, Russland, USA sowie bei der UNO sowie allen respektiven Stellen und Institutionen der BRD zu erläutern und nachzuweisen Gemäß internationalem Fristenabkommen erwarte ich Ihre substantiierte und ausführlich begründete schriftliche Antwort innerhalb 21 Tagen ab Telefax Eingangsdatum mit freundlichen Grüßen Ja, und wie gesagt, Telefax Belege und Einreichungsbeleg für das Einschreiben sind dieser Abbildung beigefügt und demnach hätte spätestens am 1.8. dieser Nachweis vorliegen müssen seitens der Behörden Und das ist nicht der Fall gewesen Sie haben nicht geantwortet Ja, so geht es weiter in dem Artikel Dieses Schreiben an das Amtsgericht Lörrach und die Staatsanwaltschaft Freiburg blieb unbeantwortet und somit ließen sie die gesetzte Frist von 21 Tagen ungenutzt verstreichen was dazu in der Schlussverlögerung führt, dass das Amtsgericht Lörrach und die Staatsanwaltschaft Freiburg keinerlei Amtsgewalt über mich ausüben und somit die ganze Aktion gegen mich illegal war bzw. ist Auch in weiteren privaten Rechtsangelegenheiten in Bezug auf das Amtsgericht Lörrach und das Landgericht Freiburg wurden von mir die Fragen nach der jeweiligen Amtsgewalt schriftlich gestellt Die gesetzten Fristen von 21 Tagen nach internationaler Fristenregelung wurden wiederum jeweils versäumt Es kam nichts Seitdem sende ich die jeweiligen, übrigens von privaten Briefzustellungsfirmen Zugestellten Schreiben immer mit dem Vermerk zurück Zurück an Absender, bitte keine Werbung mehr Und in meinem Artikel finden sich ein paar Auszüge meiner Schreiben an die jeweiligen Gerüchte Auch hier aus Datenschutzgründen teilweise persönliche Daten unkenntlich gemacht Und zum Vergrößern jeweils anzuklicken Und bitte berücksichtigen, dass alle privaten Schreiben von mir einem Copyright unterliegen Verwendung hier nur auf Anfrage Jeder sollte einmal genau das tun und diese Amtsgewalt schriftlich per Fax oder Einschreiben mit entsprechendem Beleg von seinem jeweiligen Behörden anfragen Wenn nicht in gegebener Frist geantwortet wird mit detaillierten und aussagekräftigen Begründungen Dann haben diese Behörden keine Amtsgewalt Selbstverständlich haben wir bereits in vielen Sendungen klargestellt Dass ohne dies die Bundesrepublik Deutschland kein souveräner Staat ist Es gibt auch keine Staatsangehörigkeit Die BRD oder Bundesrepublik Deutschland existiert natürlich Und fungiert als eine Art NGO, Nichtregierungsorganisation Als geduldete Verwaltungsorganisation eines Teils des noch immer von den alliierten, kontrollierten, besetzten Gebietes von Deutschland Man sei sich bewusst, deutsches Reich ist ein völkerrechtlich benutzter Begriff Für den immer noch existenten Staat Deutschland Es gibt keinen Friedensvertrag Das lässt sich eindeutig beweisen Auch Professor Schachtschneider gibt das in seinem Interview vom 12. Oktober 2012 bei Nuoviso TV zu Die UN-Feindstaaten-Klausel ist immer noch aktuell Wurde nicht geändert Nie ein Antrag auf Löschung gestellt Die inzwischen bekannten Details zur Rechtslage des immer noch existenten Deutschen Reiches Sind auch inzwischen offenkundig Auch wenn in Einzelheiten dort noch unterschiedliche Ansichten vertreten werden Nachdem auch das Bundesverfassungsgericht der BRD mit seinem Urteil vom 25.07.2012 Zum Bundeswahlgesetz der BRD klar erneut urteilte Es tat er schon im Jahre 2008 Dass dieses ungültig sei und die Regierung nicht konstitutionell ist Spätestens hier musste jedem, auch Nicht-Juristen, klar sein Dass alle Amtsgeschäfte, Regierungsakte, Gesetze, Verordnungen, Verträge etc. Die von nicht-konstitutionellen Regierungen abgeschlossen oder verabschiedet wurden Ebenso allesamt damit ungültig sein dürften Einige Rechtsanwälte in der BRD verweisen darauf Dass es wahrscheinlich so ist Dass sämtliche Regierungen seit 1956 nicht konstitutionell tätig seien Auch das Ausland ist davon betroffen Zunächst täuschte und täuscht die BRD vor Ein souveräner Staat zu sein Was bewiesenermaßen unrichtig ist Gleichzeitig sind alle Abkommen und Verträge auch nichtig Da sie nicht nur von einer NGO mit dem jeweiligen souveränen Staat abgeschlossen wurden Sondern auch die Geschäftsführung dieser NGO Genannte Regierung Ist ja nicht einmal rechtmäßig Also nicht konstitutionell tätig Also spätestens nach Veröffentlichung dieses Artikels Ist dieses alles offen und kundig Aber wir werden diesen Inhalt zusätzlich als Presseveröffentlichung Nachträglich an alle wesentlichen europäischen Länder Die Schweiz, die UN sowie die Alliierten verteilen Damit so auch offiziell Nicht nur die jeweiligen Geheimdienste Eine veröffentlichte Information An ihre jeweiligen Regierungen weiterleiten können Es wird um Weiterverbreitung dieser Information gebeten Im Artikel befinden sich die jeweiligen Links Zu den wesentlichen Inhalten Ja und das war der Detlef von Wake News Radio Wake News TV Immer dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr live Wake News Radio Für alle die aufwachen wollen Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks Der dunklen Kräfte hinter den Polissen dargestellt Diskutiert und die Verschwörungsplätze aufgedeckt Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr Die europäische Zeit hereinhören Mehr unter Wake News.net Die europäische Zeit hierinhören Die europäische Zeit hierinhören Sie sindimizin im Bereich von 1,0-2-3-1-5-3-1-5-2-3-40-2-4-4-1-24-4-4-5-4-5-6-4-5-4-5-4-5-4-4-5-4-5-4-5-5-6-5-4-6-9-4-7-2-3-5-6-2-5-5-5-6-9-6-6-5-6-5-9-8-5-5-7-6-6-6-5-0-5-6-8-6-7-6-0-1-6-5-6-5-iy-6-7-6-7-6-5-6-6-7-6-7-6-5-6-6-7-7-6-7-6-6-6-7-7-6- Untertitelung des ZDF, 2020